Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Container Opening. Ich habe mal wieder 1000 Container angesammelt, welche wir natürlich heute alle öffnen werden. Zum allerersten Mal können wir dort auch die neue Mechanik nutzen, wo man quasi die Container vom selben Typ zusammen öffnen kann. Vorher war es ja nur möglich, die Container entweder einzeln zu öffnen oder alle Container zu sammeln. Aber jetzt haben wir zum Beispiel die Möglichkeit hier 430 einfache Container, die ich angesammelt habe, zu öffnen und zu sehen, was auch in diesen 430 denn direkt drin war. Das ist natürlich schon sehr interessant. Dazu werde ich auf jeden Fall auch ein paar interessante Drop-Raten einblenden. Hier auf der rechten Seite eingeblendet die besten Sachen, die man quasi aus den einfachen Containern zielen kann. Das wären in dem Fall Beförderungsbefehle, Abzeichen und Auszeichnungen. Dort ist natürlich die Drop-Chance sehr, sehr gering. Wenn wir uns das zusammenrechnen, haben wir gerade mal eine 1,8% Chance dort, was in Anführungszeichen Besseres zu ziehen aus diesen Containern. Aber wir haben 430 Stück von den einfachen Containern angesammelt. Die werde ich jetzt hier mal alle auf einmal öffnen. Ich bin gespannt und ja. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal ein Abzeichen bekommen, was hier eine 0,1 Chance hat. Also auf jeden Fall sehr, sehr geil. Definitiv auch auf jeden Fall die Nummer 1 Wahl. Außerdem haben wir insgesamt auch noch 20 Beförderungsbefehle bekommen. Da würde ich schon sagen, hatten wir definitiv hier Glück gehabt. Als nächstes werden wir hier mal die Kapitänskisten öffnen. Dort ist nicht wirklich was Interessantes zu erwähnen. Wir werden halt 192 Kapitäne zielen. Dort gibt es ja auch nicht unbedingt was Spannendes, was man dort rausziehen kann. Wird so ziemlich von jedem Standardkapitän, den man durch diese Container ziehen kann, was dabei gewesen sein. Außerdem insgesamt noch 22 Auszeichnungen, die wir hier rausgezogen haben. Das heißt, ich habe 22 mal Kapitäne gezogen, die ich bereits auf Maximalstufe habe. Wie zum Beispiel den William Sims. Gehen wir mal direkt wieder zurück. Und gut, dann haben wir hier noch eine italienische Kapitänskiste. Dort wird logischerweise ein italienischer Kapitän drin sein. Und in dem Fall der Luigi Rizzo, den wir hier bekommen haben. Ich werde mal kurz durchgehen, ob wir hier noch weitere nationengebundene Kapitänskisten haben. Hier haben wir nochmal 5 japanische, die wir hier einmal öffnen. Auch hier nicht wirklich interessant. Insgesamt 3 verschiedene gezogen. Haben dort auch insgesamt jetzt 15 persönliche Auszeichnungen für den Yamamoto. Den kann ich dementsprechend auf Legendär 4 damit bringen. Sehr, sehr schön. Dann habe ich hier nochmal 2 panasiatische Kapitänskisten, die wir hier öffnen können. Einmal den Huxiang und Zenbing bekommen. Dann haben wir hier als nächstes noch 2 französische Kisten. Öffnen wir natürlich auch mal schnell. Auch hier nichts wirklich interessantes, was wir ziehen können. Und dann haben wir hier noch eine deutsche Kiste. Schauen wir mal, welcher deutscher Kapitän sich hinter verbirgt, der Hans Geisler ist es in dem Fall. Hier haben wir noch eine amerikanische Kiste. Den Norman Scott haben wir hier nochmal gezogen. So. Irgendwas noch an Nationen dabei. An europäische. Kapitänskiste haben wir hier nochmal. Die öffnen wir selbstverständlich auch. Damit haben wir auf jeden Fall die ganzen Kapitänskisten fürs erste geöffnet. Und ich würde sagen, wir machen mal mit den großen Kisten weiter. Ich besitze natürlich bereits alle Premium Schiffe, die wir aus allen Kisten insgesamt ziehen können. Dementsprechend habe ich dort natürlich auch keinerlei Chancen Premium Schiffe zu ziehen. Trotzdem ist es glaube ich mal interessant, ob wir von den verbleibenden guten Belohnungen noch was ziehen können. Zum Beispiel hier in diesen großen Kisten. Dort gibt es ja auch zig verschiedene nach verschiedenen Jahreszeiten. Rechts auch nochmal eingeblendet. So die besseren Belohnungen. Den Beförderungsbefehle, was ich persönlich nicht brauchen würde. Aber wäre natürlich trotzdem eine bessere Belohnung. Premium Tage, Auszeichnung, Abzeichen und dann sogar ein paar Dublonen könnte man dort ziehen. Öffnen dort mal die erste, beziehungsweise die drei großen Kisten. Und kriegen hier direkt auf jeden Fall mal sieben Premium Tage. Die nehmen wir hier auf jeden Fall gerne mit. Auch wenn ich dort genügend Premium Zeit bereits habe. Ist natürlich nicht verkehrt. Gehen wir nochmal hoch. Wir haben nämlich jetzt hier noch zahlreiche verschiedene große Kisten. Als nächstes haben wir hier 29 mal Frühling. Die größten Unterschiede sind dort eigentlich die Premium Schiffe, die man aus diesen Kisten zielen kann. Die Drop Chancen von den Beförderungsbefehlen, was rechts eingeblendet ist, ist bei den Jahreszeiten, soweit ich gesehen habe, identisch. Von daher bin ich gespannt, was wir aus den 29 Kisten Frühling hier rausziehen. Okay, da hatten wir auf jeden Fall eben bei den drei großen Kisten deutlich mehr Glück gehabt. Bei den drei Kisten hatten wir eine geile Sache dabei. Bei den 29 Sachen oder Kisten hatten wir jetzt auch nur eine Sache dabei. Und zwar die Beförderungsbefehle, die ich natürlich am wenigsten von den ganzen Sachen benötige. Leider natürlich noch keine Auszeichnung, kein Abzeichen und keine Dublonen bekommen. Das sind natürlich die Sachen, die ich hier am liebsten zielen würde. Dann haben wir hier noch 26 mal große Kiste 23. Und hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Glück gehabt. Nochmal 10 Beförderungsbefehle und dennoch 7 Tage Premium Zeit. Ist doch nochmal nicht verkehrt. Hier oben haben wir noch 14 mal große Kiste Sommer öffnen wir hier natürlich auch. Und auch hier wieder die 10 Beförderungsbefehle mit einer 2,6% Chance bekommen. Immerhin besser als nichts. Und dann haben wir hier auf jeden Fall noch 88 große Kisten Herbst. Das ist natürlich einiges. Da haben wir auf jeden Fall auch realistische Chancen, vielleicht eine Auszeichnung oder ein Abzeichen zu zielen. Oder vielleicht sogar die Dublonen. Ich werde auf jeden Fall mal schauen. Wäre natürlich super, wenn wir hier was Schönes zielen. Und auch hier nicht unbedingt die beste Ausbeute. Wir haben zwar 4 mal die 10 Beförderungsbefehle gezogen und einmal die 7 Tage Premium Zeit. Aber aus, ich würde mal sagen, insgesamt ca. 150 große Kisten. Nicht eine Auszeichnung, kein Abzeichen und natürlich auch leider keine Dublonen. Das ist auf jeden Fall ausbaufähig. Ich schaue nochmal kurz durch, ob ich hier irgendwelche großen Kisten noch drinne habe. Aber das dürfte soweit alles gewesen sein. Und so ist es auch. Als nächstes würde ich sagen, dass wir hier die drei ultimativen Kisten öffnen. Dort verbergen sich natürlich, wie ihr rechts seht, verschiedene Kisten, die man dort bekommen kann. Am liebsten wären wir natürlich Kisten wie Black Friday oder die Supercenter Container. Dort hat man natürlich relativ gute Chancen, vielleicht auch ein paar Dublonen zu bekommen. Schauen wir mal, welche drei Kisten wir hier bekommen. Leider eher so die schwächeren Kisten, die wir hier bekommen haben. Ich glaube zweimal ist es Mondneujahr und noch einmal Halloween, wenn ich mich nicht irre. Da haben wir auf jeden Fall auch eher so die schwächeren Kisten rausgezogen, meiner Meinung nach. Als nächstes würde ich sagen, öffnen wir die ganzen Kisten, wo es zum Beispiel Vorabzugsschiffe geben würde. Da habe ich auch nicht wirklich die Drop-Wahrscheinlichkeiten alle rausgesucht. Dort die besten Chancen, die wir dort haben, sind natürlich auch mit sehr geringen Prozenten eventuell ein paar Premium-Tage. Beziehungsweise Premium-Tage glaube ich gar nicht, sondern eher Abzeichen und Auszeichnungen. Das ist das Beste, was wir dort bekommen können. Wir starten jetzt hier mal direkt mit den ersten Containern. Dort hatten wir Tarnungen und Booster dabei. Das werden wir auch in den meisten Containern wahrscheinlich hier sehen. Auch hier zwei Beförderungsbefehle immerhin. Wahrscheinlich schon etwas seltener diese zu bekommen aus dieser Kiste. Dann haben wir hier 15 mal große Kiste, britische Schlachtschiffe. Bei den großen Kisten ist natürlich die Drop-Wahrscheinlichkeit etwas besser. Und auch hier 22 Beförderungsbefehle immerhin bekommen. Dann haben wir hier nochmal die normale britische Schlachtschiff-Kiste. Und zwar 19 mal werde ich hier auch öffnen. Oh, und da haben wir auf jeden Fall richtig Glück gehabt. Wir haben sogar ein Abzeichen rausbekommen. Dort ist wahrscheinlich die Drop-Wahrscheinlichkeit irgendwie zwischen 0,1 und 0,5 Prozent, wenn ich schätzen würde. Zusätzlich noch 15 Beförderungsbefehle. Dann haben wir hier noch die Festtagssammlung. Dort können, glaube ich, nur diese Sammelkarten drin sein, die ich bereits alle habe. Von daher öffnen wir das Ganze mal. Wird aber 35 Duplikate hier geben aus zwei verschiedenen Serien. Das war natürlich zu erwarten. Öffnen jetzt hier auch. Und oh, ich hatte sogar die N-Gabäude W noch gar nicht freigeschaltet, wie es aussieht. Die habe ich damit jetzt quasi vollständig. Nehmen wir natürlich mit. Und es gab dort nochmal ein Abzeichen als Belohnung. Und eine Flagge, die wir oben bekommen. Sehr, sehr schön. Und noch ein Center Stufe 3 Container. Da habe ich auf jeden Fall auch noch ein paar. Und da wir die N-Gabäude wie schon hatten, gab es hier nochmal anderthalb Millionen Kreditpunkte. Dann haben wir hier noch 14 Kisten. Kisten, französische Kreuzer und deutsche Zerstörer. Auch hier das Beste, was wir ziehen könnten. Wahrscheinlich ein Abzeichen. Aber es gibt hier wenigstens 15 Beförderungsbefehle. Dann habe ich hier nochmal 13 Mal die Kiste. Japanische Kreuzer. Schauen wir mal, was dort so drin ist. Oh, und hier haben wir auf jeden Fall wieder richtig Glück gehabt. Wieder ein Abzeichen bekommen. Lustigerweise auch eben bei den Containern, wo wir ein Abzeichen bekommen haben. Dort eher von den schlechteren Containern. Nicht aus den großen Kisten, sondern aus den normalen kleinen. Aber aber hier auch nochmal 5 große Kisten. Japanische Kreuzer. Vielleicht haben wir hier ja nochmal Glück. Und es gibt nochmal ein Abzeichen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt hier. Insgesamt dort nochmal ein Abzeichen hinterher. Also die japanischen Kreuzer Kisten. Die waren sehr, sehr gnädig zu uns, würde ich mal sagen. Dann haben wir hier noch einmal die Halloween 20. Kiste, die wir eben aus den anderen Containern, aus den ultimativen Kisten gezogen haben. Den werde ich auch mal öffnen. Kann aber auch meiner Meinung nach nichts wirklich Gutes drin sein. Außer mit ganz viel Glück dort vielleicht ein Abzeichen. Und ja, war auch jetzt nicht unbedingt sehr toll. Kiste Goldene Woche. Okay, Goldene Woche. Nicht Mondneujahr war es, die wir hier bekommen haben. Die werde ich auf jeden Fall auch mal beide öffnen. Die anderen zwei Kisten. Und hier gibt es zweimal Kreditpunkte raus. Dann haben wir hier noch einmal die Kiste. Also Lane 5. Da könnte unter Umständen ein Kapitän drin sein, glaube ich. Haben dort aber auch alle. Ansonsten mit sehr viel Glück. Okay, wir kriegen jetzt hier ein Duplikat von der Bismarck. Nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Man hat dort auch nicht garantiert einen Kapitän dabei gehabt. Dann haben wir hier noch vier Mondneujahr-Kisten 23. Die werde ich hier auf jeden Fall auch mal alle zusammen öffnen. Und kriegen auf jeden Fall ein paar Premium-Tage und Beförderungsbefehle. Dann gehe ich mal kurz weiter. Was haben wir hier noch? Halloween 23 würde ich mal sagen öffnen wir als nächstes. Und hier habe ich auch noch mal wieder die Drop-Chancen bei insgesamt 27 Containern, die wir davon haben, rausgesucht. Dort auf jeden Fall globale Erfahrung würde ich nippen, mitnehmen definitiv. Ansonsten haben wir relativ gute Chancen auf Abzeichen und auch Auszeichnungen. Das heißt insgesamt 12% Chancen dort eins von beiden zu bekommen. Zusätzlich noch weitere 7% von den Beförderungsbefehlen. Definitiv welche von den besseren Kisten. Und wir schauen mal, was wir dort bei den 27 dabei haben. Und das hat sich hier auf jeden Fall auch gelohnt. Wir haben außerdem drei permanente Tarnungen noch bekommen. Einmal für die Iowa, Xinjiang und HIPAA zusätzlich drei Abzeichen. Und dann haben wir noch eine Auszeichnung. Dann haben wir noch 43 Beförderungsbefehle. 60.000 globale Erfahrung und 35 Tage Premium-Zeit. Das hat sich hier auf jeden Fall gelohnt, die Kisten. Dann habe ich hier noch eine Kiste. Stellar 2 werde ich hier auch mal öffnen. Schauen wir mal, was wir dort drin haben. Wir bekommen dort zwölf Tarnungen. Einige gute Kisten haben wir hier auf jeden Fall noch übrig. Ich würde auch sagen, wenn wir die Santa-Kisten hier machen, sollten wir das auf jeden Fall nacheinander machen. Ich würde sagen, Stellar 3 machen wir mal als nächstes auf. Dort haben wir insgesamt drei Kisten von. Und hier auch die Drop-Wahrscheinlichkeit einmal wieder rechts eingeblendet. Dort auf jeden Fall, ja, nur gute Chance auf jeden Fall, Auszeichnungen oder Abzeichnungen zu bekommen. Außerdem könnten wir sogar theoretisch in einer Kiste vier Auszeichnungen oder zwei Abzeichen bekommen. Also knapp 10% Chance, hier was Gutes rauszuziehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir dort drin haben. Und wir kriegen sogar großer Kurfürst-Tarnung und drei Abzeichen. Das war auf jeden Fall mal richtig lucky, würde ich sagen. Das hat sich hier auf jeden Fall richtig gelohnt, die Kiste. Sehr, sehr geil. Dann würde ich sagen, öffnen wir als nächstes die elf ARP-2-Kisten, die wir dort haben. Dort auf jeden Fall auch auf der rechten Seite eingeblendet. Premium-Tage, 10% relativ solide Wahrscheinlichkeit. Ansonsten mit etwas Glück könnten wir dort Abzeichen oder Auszeichnungen oder auch ein paar Beförderungsbefehle dabei haben. Schauen wir doch mal nach. Elf Kisten, schauen wir, ob was Gutes dabei ist. Und ja, 30 Mal Beförderungsbefehle und 20 Tage Premium-Zeit für mich persönlich jetzt nicht unbedingt die Sachen, die ich gebrauchen kann. Hätte definitiv besser laufen können hier für uns, aber auch nicht verkehrt. Als nächstes würde ich sagen, öffnen wir die vier Schatztruhen 23, die wir hier haben. Um auch wieder relativ realistische Chancen, vielleicht ein paar Abzeichnungen oder Auszeichnungen oder auch Premium-Tage und Beförderungsbefehle rauszuziehen. Ansonsten globale Erfahrung würde ich definitiv auch nehmen. Schauen wir mal, was dort in den vier Kisten drin ist. Und ja, ich würde eher sagen, eher so die Nieten rausgezogen, Kreditpunkte und Tarnungen. Das alles, was sonst drin gewesen wäre, wäre leider besser gewesen. Aber manchmal hat man halt auch mal ordentlich Pech. Und als nächstes würde ich mal vorschlagen, öffnen wir die sechs Black Friday 23 Container, die wir dort haben. Wie gesagt, die Premium-Schiffe, die man dort bekommen kann, besitze ich alle. Von daher Abzeichen, Auszeichnungen, Premium-Tage und Dublonen hier. 1250 Dublonen würde ich natürlich auch gerne mitnehmen. Ansonsten globale Erfahrung geht auf jeden Fall auch immer. Schauen wir mal, was in den sechs Kisten drin ist. Und ja, 28 Tage Premium-Zeit nehmen wir mit. Habe ich aber natürlich genügend, aber wenn man vielleicht nicht viel haben sollte, wäre das auf jeden Fall eine geile Ausbeute. Kreditpunkte und noch ein paar Tarnungen gab es sonst so. Und als nächstes würde ich sagen, öffnen wir die ganzen Santa Container, die dort ja dieses Level-System haben, wo es insgesamt fünf Stufen gibt. Ich habe insgesamt 20 mal Stufe 1. Dann haben wir noch zweimal Stufe 2 und 16 mal Stufe 3. Und dort, wie rechts eingeblendet, kann man ja mit etwas Glück dort diese Container aufwerten. Ich bin gespannt, ob wir aus diesen insgesamt knapp 40 Containern, die wir hier haben, vielleicht sogar ein Stufe 5 Container bekommen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil. Starten hier mit den 20 Stufe 1. Und hier natürlich sonst neben einem besseren Container definitiv auch wieder Abzeichen oder Auszeichnungen allgemein, was ich am liebsten aus diesen Containern ziehen würde. Und wir öffnen auf jeden Fall 20 Stück, kriegen hier eine Auszeichnung, was auf jeden Fall schon sehr, sehr gut ist. Zusätzlich acht Tage Premium-Zeit, die wir hier rausbekommen. Noch ein paar Tarnungen allgemein. Die Auszeichnung hat hier eine 1% Chance. Das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Und zusätzlich gab es drei Stufe 2 Container. Das ist natürlich super. Damit haben wir jetzt insgesamt fünf von den Stufe 2 Containern auch rechts wieder eingeblendet. Schön wäre es natürlich, wenn wir dort Stufe 3 oder Stufe 4 Container bekommen. Ansonsten Abzeichen, Auszeichnungen nimmt man immer mit. Und wir bekommen hier auf jeden Fall sieben Tage Premium-Zeit, zehn Beförderungsbefehle, einen Stufe 3 Container und sogar unseren ersten Stufe 4 Container. Sehr, sehr geil. Damit haben wir jetzt insgesamt 17 Stufe 3 Container zu öffnen. Haben dort eine 5% Chance, einen Stufe 5 Container zu bekommen. Bei knapp 20 Stück auf jeden Fall eine realistische Chance, wenigstens einen rauszubekommen. Und ansonsten noch ein paar Stufe 4 Container. Ansonsten auch hier natürlich Abzeichen, Auszeichnungen. Meine erste Wahl. Und wir öffnen das Ganze und es hat sich hier auf jeden Fall gelohnt. Definitiv. Wir schauen hier mal nach. Wir haben eine Stufe 5 Kiste gezogen. Zwei Stufe 4. Dann gab es noch ein Abzeichen. Fünf Auszeichnungen, was sehr, sehr geil ist. 30 Beförderungsbefehle. Bisschen globale. Ein paar Credits und 20 Tage Premium-Zeit. Und noch ein paar Tarnungen. Das war auf jeden Fall super. Damit haben wir jetzt insgesamt drei Santa Stufe 4 Container. Dort wäre es natürlich super, wenn wir noch einen zweiten Stufe 5 Container rausziehen könnten. Außerdem, hier ist natürlich jetzt auch die Ausbeute definitiv besser. Wir haben jetzt die Möglichkeit, vielleicht zweieinhalbtausend Dublonen zu ziehen. Das wäre natürlich hier meine Wahl Nummer 1. Und mit ganz, ganz, ganz viel Glück. Super Preis Kapitänsartikel. Dort kann man sozusagen 160 Beförderungsbefehle, 10 Abzeichen und 30 Auszeichnungen aus einem Container ziehen. Oder der Super Preis 50.000 Dublonen. Wird sehr, sehr unwahrscheinlich sein. Und wir öffnen jetzt mal die drei Container und schauen, was wir rausbekommen. Definitiv eine gute Ausbeute hier. Vier Abzeichen haben wir bekommen. Das nehmen wir hier auf jeden Fall mit. Dürften dementsprechend einmal die drei Abzeichen und dann nochmal ein einzelnes Abzeichen gezogen haben. Und nochmal die, genau, vier Millionen Kreditpunkte. Das waren quasi die drei Container. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Santa Stufe 5 Kiste am Start. Und dort können wir entweder, da ich alle Premium Schiffe habe, kriegen wir entweder 5.000 Dublonen oder 5 Abzeichen oder 10 Auszeichnungen. Oder mit ganz viel Glück nochmal diesen Super Preis Kapitänsartikel. Oder als Super Preis 100.000 Dublonen. Alles auf jeden Fall super. Würde dort wahrscheinlich, ja, die 5 Abzeichen am ehesten nehmen. Schauen wir mal, die 10 Auszeichnungen wären dort aber auch super. Was haben wir drin? Und wir bekommen 5.000 Dublonen. Auch nicht verkehrt. Definitiv war hier mehr oder weniger die Sache, die die höchste Wahrscheinlichkeit hatte. Aber wie gesagt, Stufe 5 Santa Container ist auf jeden Fall so oder so ein Hauptpreis, würde ich sagen. Das war auf jeden Fall super. Und zu guter Letzt habe ich noch dreimal den Goldtopf als letztes übrig. Hier haben wir natürlich auch wieder eine gewisse Chance, dort was Geiles rauszubekommen. Wir kriegen garantiert in jedem Container 1.250 Dublonen. Das heißt, mindestens bei drei Containern wären das ja 3.750 Dublonen. Und mit sehr viel Glück gibt es dort 25.000 Dublonen, 50.000 Dublonen oder 100.000 Dublonen. Und ich würde sagen, wir öffnen das Ganze. Wird natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich, dort mehr zu ziehen als die 3.750. Aber vielleicht haben wir ja richtig Glück. Haben wir leider nicht. Aber trotzdem nochmal 3.750 Dublonen mitgenommen. Und nochmal 9 Tarnungen. Und damit haben wir auf jeden Fall die 1.000 Container hier geöffnet. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben einiges an Abzeichen rausgeholt. Meiner Meinung nach auch Auszeichnungen. Gerade natürlich durch die Kapitänskisten. Können dort vielleicht nochmal bei den Kapitänen reingucken, was ich dort leveln kann. Da sind wir in der Kapitänsübersicht. Wir können hier auf jeden Fall den Albert Gleaves leveln. Dort können wir den Kollegen auf Legendär 4 genau bringen. Das ist natürlich super. Machen wir hier auch direkt. Schauen wir mal kurz weiter. Hier haben wir noch die ganzen Event-Kapitäne. Da haben wir natürlich nichts bekommen. Schauen wir bei den japanischen, wie wir vorhin schon gesehen haben. Den Yamamoto können wir hier auch auf Legendär 4 bringen. Damit schon mal 2 Kapitäne, die wir durch das Opening hier maximieren konnten. Was zumindest die legendäre Stufe angeht. Das sollte es hier auch soweit gewesen sein. Die meisten Kapitäne habe ich schon auf Legendär 3. Dementsprechend brauchen wir dort immer 15 Stück. Um diesen auf Legendär 4 zu bringen. Der Togo ist hier auf jeden Fall knapp davor. Wo uns noch insgesamt 5 fehlen. Genau wie den Kurita. Schauen wir uns nochmal die Briten an. Sind auf jeden Fall einige Kapitäne dabei. Wo wirklich nicht mehr viel fehlt. Hier können wir aber nichts leveln, wie es aussieht. Gucken wir nochmal bei den Deutschen. Auch bei den Deutschen fehlt uns noch so ein bisschen was. Karl von Müller. Vielleicht werde ich da auch mal ein paar Auszeichnungen für ausgeben. Karl von Müller zum Beispiel nutze ich aktiv ja doch sehr sehr häufig. Aber hier den Robert Georgia können wir auf jeden Fall auch auf Legendär 4 bringen. Sehr sehr schön. Also insgesamt schon 3 Kapitäne, die wir hier auf Legendär 4 leveln konnten. Bei den sowjetischen Trubesgoy. 2 persönliche Auszeichnungen davor. Bei den italienischen Paolo, die Rivelle fehlen noch 5 Stück. Hier fehlen uns auch überall noch welche. Und bei den Pan-Asiatischen kann ich sogar den Deng Shishang hier einmal leveln. Diesen haben wir nämlich nur auf Legendär 2 bislang. Den können wir auf jeden Fall auf Legendär 3 bringen. Genau wie den Deng Shishang. Den bringen wir auch mal auf Legendär 3. Und der Zazenbing auch kurz davor. Hatte ich hier auch schon alle. Okay, wir können sogar hier noch den Konrad auch noch auf Legendär 3 bringen. Von den neueren Nationen habe ich noch nicht alle Kapitäne auf Legendär 3 gehabt. Aber das soll soweit gewesen sein. Auf jeden Fall konnten wir dort auch noch mal gut unsere Kapitäne leveln. Und das soll es auch mit dem heutigen Video und dem Container Opening von 1000 Containern gewesen sein. Diesmal ein bisschen länger gezogen, indem wir die Container einzeln geöffnet haben. Finde ich aber persönlich auf jeden Fall schon interessanter, um zu sehen, wo man wirklich die geilen Belohnungen rausgezogen hat. Und nicht einfach, okay, ich habe jetzt 30 Abzeichen bekommen. Geile Sache. Ist natürlich auch schön mal zu sehen, wenn man vielleicht ein Abzeichen aus irgendwelchen Kisten zieht, wo die Wahrscheinlichkeit vielleicht doch eher sehr, sehr gering war. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.